Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Es geht weiter mit Avalonkut und ja... Warte, der König hat uns ja gesagt, wir sollen irgendwas untersuchen... Äh, Buck, 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 habt ihr grad gesehen? Ja, wir sollen ja zur... wohin wieder? Keine Ahnung, ähm, da hingehen? Zu Schweißnahtfluss, glaub ich, hieß das? Wie geht's? Es regnet, wir waren ja alle ganz nass. Nyaki freut sich, oder? Oh nein, wir verlieren unsere Kräfte, wenn wir nass werden. Weil wir die Büchergeist... weil wir die Büchergeist... Buchgeister sind? Ähm, okay. Ihr verliert eure Kräfte, schön zu wissen, aber was soll's mir nüssten, das zu wissen? Hey! Oh nein, der Perverse, oh nein. Du hast in letzter Zeit einen ziemlichen Namen gemacht. Ich wette, du bist jetzt mächtig gebliebt. Richtig, hab ich recht? Ja, schade, du bist noch nicht... bist noch nicht sehr beliebt. Aber soweit ich es beurteilen kann, fange manche Personen an, dich zu mögen. Ich werde dir sagen, wer. Fahna, die im Zentrum der Stadt lebt. Selfie, die im Haus des Bürgermeisters lebt. Das Medium Nanai. Präsenz in Doröfer, deren Gemücher westlich das Audienzhaus sind. Das sind so viele. Grr, ich bin so neidisch. Schau dort einmal vorbei und sag hallo, bevor du nach Hause gehst. Bring ein Geschenk mit, das wird das Eis brechen. Vergiss das nicht. Warte, wen soll ich alles besuchen? Verdammt, ich weiß das jetzt nicht mehr. Verdammt! Es regnet brutal. Okay, wir besuchen mal. Okay, hier ist kein Regen, super. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Ähm, zeigen. Objekte vielleicht. Puppe! Wer magst du hier Steinpuppen? Ist das wirklich für mich? Oh, danke. Ähm. Okay. Reden. Oh nein, Rundse, bist du heute gekommen? Ich danke dir. Hi, das ist wirklich unglaublich. Wir können uns, seit wir Kinder waren. Und heute bist du für die Leute im Verkörperung Kalinalisches Hellentums. Freu dich. Tut mir leid, ich kenne mich nicht mit dem Jenseits dieses Fensters nicht aus. Ziemlich abendsellig, ich weiß. Nein, ist nicht. Roxas, kannst du mir etwas versprechen? Jetzt, wo dein Heldentum bekannt ist, was auch immer geschieht. Versprich mir, dass du immer so nett bleibst, Roxas, wie du bist. Ich werde mein Möglichstes tun, um eines Tages hier rauszukommen. Ich würde dich gern mal in Aktion sehen. Okay. Wir bleiben immer Freunde. Ich wundere, ob ich ein Freund sein werde, wenn ich dir erzähle, dass ich ein Blanker finde. Was zum Teufel, was passiert denn jetzt? Okay. Hallo, Roxas, es ist so schön, dass du da bist. Es tut mir leid, aber Farnas Zustand hat sich verschlechtert. Sie liegt gerade im Bett. Ich verstehe immer noch nicht, was sie gestern die ganze Nacht gemacht hat. Was sie am meisten braucht, ist Ruhe. Versuch mal, mit ihr zu sprechen. Ich bin mir sicher, dass sie das freuen würde. Ach du Scheiß, was ist jetzt los? Roxas, du bist gekommen. Danke. Ich wollte dieses Spielzeug rechtzeitig für den Morgen fertig machen. Ich glaube, ich habe es ein wenig übertrieben. Erz, Erz. Tut mir leid, ich muss mich wirklich ausruhen. Ich wollte das so gern an diese Kinder senden. Mach es für... Mach es... Lass sie... Mach es für sie. Wie, Roxas, du würdest das Stofftier für mich machen? Danke, das geht so. Okay, erhalten für Stofftier. Licht, frei, hoff. Okay, ich brauche Licht, frei, hoff. Wenn du es schaffst, erst fertig zu machen, bring es bitte zu mir. Ich kann dir wirklich nicht genug danken. Okay, ich will das Menschen jetzt nicht enttäuschen. Deswegen mache ich das jetzt mal, weil ich ein guter Mensch bin und gerne anderen Menschen helfe. Ich brauche Licht, ich brauche Licht, ich brauche Licht, ach verdammt, okay, so. Das war die traurige Musik im Hintergrund, aber was soll man machen? Ähm... Okay, das haben wir. Licht, frei und hoff statt, oder? Licht. Ja, das haben wir jetzt auch. Was ist das hier? Frei, okay, das brauchen wir jetzt auch. So. Und so. Was, was brauchen wir noch? Ähm, okay, das Buch ist aufgestiegen. Super. Das war nicht geplant, aber trotzdem super. Ähm... Ähm... Okay. Ähm, Inhalt, gucken wir mal, was da ist. Ach, verdammt. Ähm... Ähm... Tafeln. Ähm... Zubehör. Nichts. 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 Frustsaft. Stofftier. Und hoff. Okay, ich wusste es doch. Okay, jetzt brauche ich mal Hoffnung. Hoff immer, das finde ich jetzt. Nee, 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 nee. Hoffnung. Ich brauche Hoffnung. Hoffnung ist fürs Leben. Ähm, nein. Habe ich eigentlich Hoffnung? Das ist die bessere Frage. Warte, ist das Hoffnung? Nein, das ist Schicksal. Das ist Rechtum. Ähm... Im Rechter sein irgendwas. Ruhm. Weisheit. Okay. Nein. Ach, nein. Mann, ich will das Mädchen helfen. Los jetzt. Los jetzt. Wo zum Teufel ist das? Ich will dem Mädchen helfen. Wo zum Teufel ist Hoffnung? Verdammt, mach mal. Ähm, ja. Ja. Fick dich, Katze. Okay, der Katze kann ich das dann geben. Weil die brauche ich momentan sowieso nicht. Katzen, Freund. Ach so, Käferfreund, Katze. Okay. Silber, Katze. Guru. Guru, Guru. Ähm, ja. Ah, das ist Hoffnung. Juhu. Wir können das Mädchen helfen. Okay. Zubehör. Nein. Objekte. Puppe. Nö, 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 nö. Okay, das hier raus. Komm schon, hier. So. Traumpuppe Stofftier. Super, haben wir es geschafft. Okay, das haben wir jetzt auch gemacht. Und ansprechen. Hallo. Zeigen. Jetzt zeigen wir ihr den Stofftier, das ihr hier gerne wollte. Tippuppe. Ja, wir haben es geschafft. Wie, Roxas, du hast das Stofftier gemacht? Oh. Oh, danke. Ich kann es spüren, dass es deine Liebe in sich trägt. Ich sende es zu den Kindern. Danke vielmals, Roxas. Ähm, ist das alles? Okay, die ist wieder gesund. Das ist auch, das ist was Besseres. Okay. Nö. Bis gestern. Okay, wir haben sie aufgemundert. Super, 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 super. Das ist doch was Schönes. Ähm, reden. Was mache ich denn nur? Okay. Okay. Blitzmeldung. Was zum Teufel ist jetzt los? Mystische Juwelen. Ähm, ah ja, da gab es auch einen Granatumwald, auch etwas. Verdammt. Es regnet immer noch, verdammte Scheiße. Okay. Okay. Ähm, nein, sie machte, sie machte mich nicht, das weiß ich. Nö, nö. Welches Mädchen mag mich denn? Das weiß ich ja gar nicht. Du, 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 du. Hm, nein. Nein, 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 nein. Ich gehe jetzt mal zur Arena. Da war irgendwas, was sie machen kann. Ah, da ist es, ja. Wie schön, dass du gekommen bist. Wir beginnen gerade mit dem Westwindpokal für die Entscheidung. Willst du daran teilnehmen? Der Prinzip des himmlischen Abrechnung soll seinen Ursprung am Meer von Linz Westlich von Kaleula haben. Und deshalb heißt dieses Ereignis Westwindpokal. Und willst du das mal versuchen? Ja. Das würde ich doch gerne mal versuchen. Richtig so. Dann lass uns anfangen. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt ein bisschen schneller als davor. Wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Meine Damen und Herren, der Westwindpokal der Entscheidung wird jetzt beginnen. Nun will ich unsere Teilnehmer vorstellen. Georg? Äh, okay. Soldaten Danton. Wow. Doran, der Sohn des Schwertmeisters. Ein Held wie ich verliebt nicht. Ja, du bist ein Held, ist klar. Und der Meister der Ausbildungshalle. Gustav von der Zwillingsklinge. Hm, zum Aufwehren wird es reichen. Papa, nimmst du wirklich am Turnier teil? Ich werde dich nicht so schonen, weil du mein Sohn bist. Mach dich bereit. Schluck, ich bin erledigt. Ha. Und Roxas. Sind alle bereit? Beginnt die himmlische Abrechnung. Okay, jetzt beginnt es wieder, diese elende Scheiße. Okay, komm. Verdammt, wie ging das wieder? Ja. Okay. So, so. So. Bin ich immerhin ein Vorteil wegen meiner Waffe? Kann auch sein. So. So. Ach, verdammt. Okay, ich brauche einen Punkt. Los, ich brauche einen Punkt. Verdammt, nochmal. Nochmal. So. Verdammt. Okay. Ähm. Verdammte. Ach, verdammte Scheiße. Okay. So. Lasst doch einer von euch, lasst losfahren, Mann. So. Ach, der Gustav hat gewonnen. Oder? Okay. Sie hört so. Okay, ein Punkt für mich. Super, super, super. So. Bitte, lass es doch runterfallen. Verdammte Scheiße. So. Komm schon, lass es runterfallen. So. Okay, zwei Punkte für mich. Super, super, super. Ich kann auch gewinnen. Ich brauche nur einen verdammten Punkt. Dann habe ich gewonnen. Das ist doch ein Scherz. Fick dich ins Knie. No, 100 points. Fick dich ins Knie. Warte, ich kann es nochmal machen. Nein, nein, nein. Meine Güte, Roxa. Du hast leider verloren. Ja, ich weiß. Verdammt. Du warst besser als ich dachte. Würdest du nochmals probieren? Ja. Wunderbar. Möge die himmlische Abrichtung beginnen. Och, 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 och. Okay, ich kann jetzt gewinnen. Ich muss dann dreimal hintereinander einen Punkt machen. So. 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 Ähm, das kommt zu mir. Ähm, das ist doch beschissen. Kann ich mich eigentlich bewegen? Nein. Ist klar, das kann ich nicht. Ach, fick dich, Duran. Mann. Fick dich ins Knie. Okay, das habe ich gut gemacht. So, und. Bäm. Ach, fick dich, Gustav. Gustav, wusste eh irgendwas. Komm nochmal. So. Okay, habe ich gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. ein glorischer sieg des westwinds halten wir hundeschwanz okay hundeschwanz ich habe verloren roxas ich werde mir ich werde mich dicht zum vorbild nehmen dankeschön eine weitere runde applaus für den sieger von roxa von den sieg von roxas und wo kommt der applaus eigentlich und damit unser und damit ist unser heutiger wettkampf endet bis zum nächsten mal okay hatte welche mädchen mögen mich eigentlich weiß ich gar nicht warte die elfe mag mich irgendwie stand da und dort ja oder wie die noch hieß die welche noch mal kurz ansprechen und sagen ein nummerchen schieben und so vielleicht wollen sie es ja aber nur vielleicht rein mit uns und wo ist sie jetzt auf einmal kann ich doch okay sprache sprache 666 ja was zum teufel ist das denn was zum teufel ist das ihr bett okay aber was zum teufel ist das okay und wir sehen uns das nächste mal tschüss